Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Moin Moin, ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für den 29. Dezember. Fünf Themen habe ich heute am Start. Das ist einmal der Apple Online Store, da kann man nicht mehr per Vorkasse bezahlen. Dann kauft Volkswagen ein Anbieter für mobiles Zahlen für Parkscheine. Oculus kauft The iTribe. Und Twitter führt 360 Grad Livestreaming über Periscope ein. Und dann noch am Ende eine kurze Info zu Bitcoin. Gut, fangen wir an. Apple Online Store. Dort kann man jetzt nicht mehr per Vorkasse überweisen. Das wird einfach entfernt. Es gibt keine weiteren Infos. Die entsprechenden Support-Artikel auf den Apple-Webseiten wurden angepasst. Und jetzt gilt dort nur noch die Kreditkarte, Paypal oder Ratenzahlung. Vermutet wird, dass Überweisung, also Vorkasse, entfernt wurde, damit einfach alles schneller abgewickelt werden kann. Weil der Zahlungsvorgang und die Zuordnung, das braucht halt alles seine Zeit. Und mit Kreditkarte und Paypal ist das halt einfach zack da und die Ware kann versendet werden. Und dann sind natürlich auch die Kunden zufrieden da. Dann Volkswagen. Die haben jetzt die Firma Pay by Phone gekauft. Pay by Phone, das ist einer von einigen Diensten, die so existieren. Die es ermöglichen, wenn man irgendwo parkt, nicht mehr nur einen Parkschein zu ziehen aus dem Automaten, mit Münzen womöglich auch noch. Sondern indem man einfach sein Handy nimmt und darüber praktisch den Parkschein bucht. Wie gesagt, ich kenne da mindestens drei, vier Dienste. Und einer davon ist Pay by Phone. Die sind in ganz Europa und auch in USA, Kanada, Australien und Neuseeland aktiv. Haben eine Nutzerzahl von 12,5 Millionen. Und ja, die ganzen Automobilhersteller, die gucken ja alle jetzt, dass sie noch so links und rechts sich in ein paar Dienste greifen. Weil die Welt sich verändert in Sachen Mobilität. Und ja, Volkswagen jetzt also mit dem Anbieter dabei. Mal gucken, ob da andere Autohersteller noch folgen werden. Und wenn wir schon bei den Übernahmen sind. Oculus, hier die Virtual Reality Brille, die Facebook gekauft hat. Oder die Firma, die Facebook gekauft hat. Oculus hat nun das Startup The iTribe gekauft. Die sind, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich aus Dänemark. Und die machen halt so Augen-Tracking-Software. Was viele vielleicht kennen aus dem Marketing, wo dann geguckt wird, wo gucken die Leute hin. Und daraus werden dann Ableitungen gemacht. Und die haben da für eine Technologie mit so einem 99 Dollar Starter Kit. Das ist auch echt natürlich ein Killerpreis für so eine Technologie. Und Oculus hat die jetzt gekauft. Man weiß nicht für wie viel. Das ist auch schon am 15. Dezember wurde es im Handelsregister in Dänemark eingetragen. Und seitdem ist es praktisch halt mehr oder weniger bekannt. Aber erst heute hat Oculus das entsprechend bestätigt. Was die damit anfangen wollen. Ja, halt für meine Optionen gibt es da einige. Wirklich von, klar, die gucken halt wohl, guckst du hin. Daraus kannst du Sachen Ableiten. Aber was ich ganz witzig finde, ist die Idee, wenn man einen digitalen Avatar von sich hat. Und kann nun der natürlich auch mit den Augen praktisch in die Richtung gucken, wo man selber hinguckt. Und das macht diese Avatar dann vielleicht noch menschlicher. Also, spannendes Thema. Mal gucken, was Oculus daraus macht. Nächstes Thema ist Twitter. Ja, die müssen ja was tun. Weil so gut sieht es bei denen nicht mehr aus. Und die haben jetzt auch 360 degree, also das ist schon im Englischen, 360 Grad Live-Streaming eingeführt. Also, 360 Grad Video. Man guckt links, rechts, dreht mit der Maus oder wenn man ein VR-Headset hat, vielleicht auch mit dem Kopf. Und ja, damit live-streamt dann. Wie ist live-streamt man, wie auch immer man dazu sagt. So viele Anwendungsmöglichkeiten für 360 Grad Video weiß ich auch nicht. Also, ich meine, eigentlich kann man es überall anwenden, aber es macht immer Sinn, es zu machen, nur weil man es kann. Aber es sollte ja dem Zuschauer auch schon was bringen. Von daher, na ja, also da ist jetzt Twitter aktiv über Periscope. Und jeder Nutzer kann sich das jetzt angucken, ab heute mehr oder weniger. Aber noch nicht jeder Nutzer könnte das selber machen. Denn das dürfen erst ausgewählte Firmen, Partner. Und dann wird es wieder ein bisschen dauern, das Übliche. Und irgendwann dürfen wir alle Twitter-Nutzer das auch machen, wenn wir es denn können, auch technisch. Und dann gibt es wieder ganz viele unsinnige Videos und da muss man sich dadurch arbeiten. Naja, ob ich das so richtig toll finde, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal, was daraus wird. Was daraus wird, ist auch noch eine schöne Überleitung, was ist aus Bitcoin geworden. Bitcoin hört man eigentlich immer nur, wenn es entsprechend hoch oder runter geht im Kurs. Aber die haben sich so langsam rangepirscht an ihr 3-Jahres-Hoch. Die sind derzeit bei rund 950 Dollar für einen Bitcoin. Und das letzte Mal waren die vor drei Jahren bei 1000 Dollar. Das war im Januar 2014. Und das Höchste, was sie dann erreicht haben, waren 1023 Dollar. Und jetzt mit 950 stehen sie ja wieder kurz davor und haben sich da auch wirklich beständig hingearbeitet. Das ist also kein großes Kurs-Schwankungsverhältnis. Und anscheinend, aus welchem Grund auch immer, läuft es wohl jedes Jahr eh zu Weihnachten ganz gut mit dem Bitcoin-Kurs. Ja, diesmal wieder. Und schauen wir mal, ob sie es dann wirklich schaffen, über die 1000 Dollar zu kommen. Ja, und das waren meine fünf Themen, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Wie auch immer, gebt uns Feedback. Ganz toll würde ich mich auch heute jetzt gerade mal freuen über Kommentare bei iTunes. Da habe ich mich mal reingeguckt, ein paar gibt es da. Das fände ich eigentlich ganz, ganz nett, wenn wir da ein paar Kommentare mal mehr hatten. Also wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns da was bei iTunes. Ansonsten sind wir einfach nur dankbar, dass ihr uns zuhört. In dem Fall jetzt mir. Aber morgen bin ich ja noch einmal dran. Wahrscheinlich aus Miami. Und am Montag übernimmt dann wieder der Jan und macht weiter. Von daher, ciao, ciao. Macht was aus dem Tag. Wir hören uns morgen. Hört mehr Geek Talk. 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 Vielen Dank.